ja jetzt bin ich mal gespannt ikea werbung in 3d na schauen wir doch mal wie gut die burschen bei ikea gebastelt haben nicht dass sie auf die idee kommt dass hier wäre irgendwie von ikea gesponsert selbst wenn ich den namen ikea immer wieder erwähne kriege ich leider keinen einzigen keine einzige kopeke von ikea ich kriege nicht einmal ein paar köttbullar oder das regal billy für meine werbung wobei ob das hier werbung wird das wird sich jetzt noch herausstellen außerdem ist mir zu warmen ja ja scheint ja eifrig zu laden ein eifriglader ist das hier leute ich habe ich habe nicht ewig zeit na ich habe also schon noch dinge vor die leute warten die leute warten auf euch ja spannungsgeladene schwarze oder seid ihr jetzt hinter mir irgendwie aktiv nein das ist wahrscheinlich ikea nach der schließung hallo wird gespielt ahja ok dann würde ich sagen dass ikea hier mit durchgefallen also nicht das ganze ikea aber ihre 3d geschichte ja würde ich sagen ist damit vom tisch ja vater error ok weg jetzt hängt hier alles jetzt haben sie mir die komplette feuer hier aufgehängt na super herzlichen dank liebes ikea da kann ich ganz schnell in die mülltonne hier aber flott was hat eigentlich des bergsbock dazu das weiß ich auch noch nicht egal so oder so müssen jetzt erstmal die aufnahme beenden